Hey, Freunde der Nacht. Willkommen zurück in Innsmouth. Wir befinden uns unterhalb der Kirche und schauen uns jetzt das Geburtsregister an. Na? Ah, die Postkarte. Auf der Rückseite der Postkarte befindet sich eine handgeschriebene religiöser Vers. Er muss eine verschlüsselte Nachricht sein. Sie lautet wie folgt. Ah, hier. Ich läute die Glocken für deine Herrlichkeit, oh Herr. Von der niedrigsten bis zur höchsten. Und durch das Sakrament der Taufe werde ich dein Geheimnis... Ja, genau. Einlass haben. Die Postkarte muss zudem einen weiteren Zweck erfüllen. Sie weist vier von Hand hergestellte Löcher auf, die dem jedes von mehreren Pfeilen umgeben ist. Diese scheinen eine Art Reihenfolge zu bedeuten. Dann schauen wir uns noch das Geburtsentodesregister an. 1844. Sieben Geburten. Sechs getauft. Eine gestorbt. Todesfälle. Sechs beerdigt. Fünf... Äh, sechs. Fünf beerdigt. Eins auf dem Meer verschwunden. Fünf Eheschließungen. Das ist halt alles christlich anscheinend. Geburten. Neun. Alle getauft. 1845. Das zwei auf dem Meer verschwunden. Wow. 1846. Zwölf Geburten. Alle getauft. 243 Todesfälle und 235 davon bei den Unruhen und der Epidemie. 240 wurden beerdigt und drei auf dem Meer verschwunden. 1847. Ein ganz anderer Schnitt. Geburten vermutlich sieben und keine Taufen. Drei registrierte Todesfälle, zwei Beerdigungen. Ein Sarg, der unbeabsichtigt fallen gelassen wurde, brach auf und hielten nur Steine und Holz. Diese wurden nicht beerdigt. Keine Eheschließungen registriert. Das geht immer weiter. Andere unsicher. Keine registriert. Schätzungsweise Schätzungen bis 1849. Okay. Dann haben wir hier noch. Aha. Was haben wir hier noch? Sie sehen alle Volumen auf der Geschichte von Innsmouth. All diese Artikeln beraten zu den Todesfälle von Innsmouth-Wählern. In den Klippern, das Jahr 1846 wurde mehrere Mal zirkelt. Dann wird wohl 1846 wieder so ein Türcode sein, aber ich will noch was ausprobieren. Nämlich die Karte. Das ist genau über der Karte. Ich kann einige von den Zahlen sehen. Es scheint, dass es ein Karte sein wird. Eins, sieben, fünf, drei. Womit wird es anfangen? Mit der drei nach rechts, dann die eins. Ja, genau. Eigentlich habe ich einen Stift in der Nähe. Nö. Drei rechts, eins, drei, eins, fünf, sieben. Und dann immer eins mehr. Drei, eins, fünf, sieben. Rechts fängt es an. Schauen wir mal. Drei, eins, fünf, sieben. Aha. Ja, ja, das ist es. Ich habe es krank. Dieses Rätsel hat mich bei meinem ersten Spielen ungefähr eine Stunde begleitet. Ein Steinkreuz. Keine weiteren Informationen. Böse, so eine Krypta. Dann können wir jetzt aber weitergehen. Da müssen wir wohl das Steinkreuz hintun. Und rein damit. Aha. Danke für den Freigang. So. Oh nein. Wieder runter da. Okay. Rein und laufen. Ja, ich höre sie schon wieder. Mehrere Wege. Das gefällt mir gar nicht. Shit. Wir nehmen das und gehen sofort wieder zurück. Weg hier. Ah. Nein, nicht schon wieder. Wir sind... Ah, es ist wach. Äh, offen. Gott. Ah. Wer ist das? Ist das wir? Ah. Raus hier. So, dann müssen wir in die Richtung. Ja. Speichern. Oh. Hier hin. Boah. Leute. Ich würde ja jetzt gerne aufhören, aber... Es ist halt einfach so un... Unrühmlich. Wir sind wieder im Freien. Lass mal umsehen. Höh. Nein. Noch mehr davon. Können wir hier was machen? Nee. Wo sind wir hier? Oh gut. Schauen wir mal, wo wir hier sind. Scheinbar sind wir noch in der Kirche. Oder was sie es darstellen sogar noch. Hopp. Auch da. Na komm. Wie hot. Painful. Ist er wieder... Ja, natürlich hat er sich wehgetan. Wer hätte denn anders gedacht? Ich finde es übrigens ganz lässig, dass das Spiel ohne Aufnahme mit 400 Frames läuft und während der Aufnahme mit über 100. Offenbar ist mein Computer stark unterfordert. Ein riesiger Safe und noch eine... Aha. Ich speicher gleich mal. Jetzt haben wir ein Problem. Hm. Speichern wir hier. Weil ich will immer nach einer Aufnahme Session... Überprüfen, ob ich alles richtig aufgenommen hatte. Das habe ich... Ja, ich... Oh Gott. Nicht cool. USA-Flagge. Weil bei Deponia hatte ich das so. Da ist mir das Spiel abgekackt und ich musste das noch mal gucken. Also... Ja. Spread out. Der Mann hat offener Höhenangst. Total. Search the area. Sie werden immer... Sie kommen immer näher. Spread out. Search the area. Ich sehe keinen. Aber ich höre sie. Shit. Some of the planks look weak. I'd better watch my step. Da unten sind sie. Ich darf schauen, dass sie mich nicht sehen, ne? Okay, sie gehen in die Richtung. Scheiße. Eigentlich. Hä? Ja, ignoriert mich ruhig. Ist okay. Ja, komm, tötet mich. Hallo. Au. Take him down. Heißt nicht mal den ab. Hm. Da müssen wir dann wohl drüber springen. Ich dachte, jetzt geht das... Nochmal nach oben. Ah. Hups. Aufmachen. Da können wir also nicht drüber. So. Da geht's weiter. Äh. Nicht da drüber gehen. Ah. Tut bloß... Tut nicht weh. Ah, da könnten wir weiter. Der Mann hat Höhenangst. Okay, alle dunklen meiden. Raus hier. Oh. Hat geklappt. Aber leider haben sie uns gesehen. Okay, das wird ein lustiger Sprung. Wow. Raus. Scheiße. Nee. Da lassen wir uns lieber nochmal schnell abmurxen. Geronimo. So ein Sheet. Kann man nochmal... Machen wir es zu. Äh. Hier, ne? Huh. So, das gleiche nochmal. Jetzt hätte ich aber gedacht, das schaffen wir. Aber interessant. Ich glaube, ich werde Horrorspiele ab sofort öfter LP'n. Ich werde Horrorspiele öfter LP'n. Das ist so ziemlich die einzige Gegend. Also das einzige Mal, wo ich mich auch in den Spielen irgendwie fürchte. Flup. Und da sind wir. Mal aufmachen. Nein. Ach, da unten ist... Ach, das war das Innere der Bank. Ja, uns bleibt nichts anderes übrig. Wir müssen jetzt springen. Und hoffen wir. Nicht. Warum nicht? Ah. Nochmal. Ich mach doch nichts falsch. Hübs. So. Ja. Hep. Ah, ich finde die Grafikeffekte toll. Äh. Ihr müsst jetzt daran denken. Das ist jetzt wie ein Amnesia. Das bedeutet... Ich kann unglaublich schlecht den Kerl jetzt gerade steuern, weil er sich so schwammig anfühlt, wenn er Panikattacken kriegt. So. Jetzt sind wir wieder hier. Hat er sich... Ne, der hat nicht mal Schaden davon getroffen. Komm. Haben wir ja nichts. Wir haben nichts da. Es muss so gehen. Geht doch. Warum ging es vorher nicht die ganze Zeit? Hm, wer weiß. Die sind irgendwo unter uns. Shit. Hoffentlich sehen sie uns jetzt nicht. Das ist also die Schleichanzeige. Habe ich ganz vergessen. Ich glaube, die habe ich im Spiel noch nie benutzt. Wo können wir denn runter? Hier. Aber da erst, wenn der weg ist... Ne, hier können wir weiter. Hoch. Oh, ja. Schauen wir es nur nochmal um. Gut. Dann würde ich sagen, diesmal kann ich das Video... Oh, ist das schön. Diesmal kann ich das Video toll beenden. Und dann sehen wir uns im nächsten Abschnitt weiter um. Bis dann, Leute. Bis dann. Schauen wir es. transport. Bis dann. Bis dann. Tschüss.